Bhagavad Gita, wie sie ist, Vers 26 Da konnte Arjuna, der zwischen beiden Armeen stand, seine Väter, Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Brüder, Söhne, Enkel, Freunde und auch seinen Schwiegervater und seine Gönner erkennen. Alle waren dort versammelt. Erklärung Auf dem Schlachtfeld konnte Arjuna all seine Verwandten sehen. Er erkannte Persönlichkeiten wie Burishrava, die Altersgenossen seines Vaters waren, und er sah seine Großväter Bhishma und Somadatta, Lehrer wie Thronacharya und Kripaacharya, Onkel mütterlicherseits wie Shalya und Shakuni, Brüder wie Duryodhana, Söhne wie Lakshman, Freunde wie Ashwatthama, Gönner wie Krita Varma und so weiter. Auch konnte er in den Armeen viele seiner Freunde erkennen. Fräulein Untertitelung des ZDF, 2020